So, ihr seht mich zwar nicht, aber ich zeige euch mal ein bisschen noch was. Und zwar folge ich einfach der Musik. Ich höre hier Musik und folge ich einfach mal. Sieht lustig aus hier. Und ja, was soll ich sagen? Das ist auch irgendwie eine Art von Kunst. Man stellt einfach mal so die alten Sachen aus. Zum Beispiel ein Schuh. No, 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 it's just like a hobby to garden. Gardening, genau. Und ja, Schuhe, nicht schlecht. Cool. Schön. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Das ist richtig. Unglaublich. Mir fehlen hier einfach gerade mal so die Worte. Erstmal gibt es hier natürlich viele Turnschuhe. Und dann hier der Ball. Toll. Das ist eine tolle Idee, finde ich. Wow, was für eine Schuhgröße. Toll. Wefootball. Super. Aha, hallo liebe Leute. Sie können hier gerne Fotos machen. Bitte Sie um eine Spende. Schnell eingehen. Muss ich ersetzen. Öfter gießen. Okay. Also sie möchten eine kleine Spende haben, eine kleine Spende, sogar hier ein Stiefel. Ja, so geht es natürlich auch. Ich hoffe es ist jetzt nicht zu dunkel. Das gefällt mir, hat irgendwie, ja, das ist für mich Berlin, das hat Berliner Charme irgendwie. Hier so eine kleine Enklave und das mitten auf dem Feld hier. Schön. Das gefällt mir. Überall, ja, man kann so ein Stück kaufen hier, dann kannst du das selbst bepflanzen. Du kannst hier dein eigenes Hochbeet, kannst du bepflanzen. Ja. Schön. Hat was. Wirkt. Sozusagen Lauben-Typer 2019. Schön. Wow. Ja, ich werde gar nicht viel sagen. Einfach hier, das hier für sich sprechen lassen, sprechen lassen. Gibt es Experimente, ein Wassermanagement-Experiment. Ernte. Selbstbewässernes Hochbeet. Ernten 2017, 2018. Boah. Schön. Hat irgendwie was. Was steht da? Al-Mende-Kontor. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls cool aus. Ganz hinten thront der Wasserturm. Ich gehe einfach. Siehst du, schöne Bauten hier. Holzbauten. Alles mögliche. Es hört gar nicht auf. Könnt ihr noch ewig filmen. Das finde ich sehr schön. Gefällt mir. Hier. Tja, man kann sich hier gar nicht satt sehen. Irgendwie. Ist irgendwie schön. Also, mir gefällt es. Hat so einen typischen Berliner Charme. So, dann gehe ich mal zurück zu mir. So, das bin ich hier vom Tempelhofer Feld. Und ja, so einen kleinen Eindruck habt ihr hoffentlich gekriegt. Ich muss noch ein bisschen umdrehen, dann könnt ihr mich besser sehen. So einen kleinen Eindruck habt ihr gekriegt. Ich sehe gerade nichts, weil viel Sonne. Und das war der zweite Teil vom Tempelhofer Feld. Wir sehen uns gleich wieder. Also, bleibt dran. Das war Angie. Und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.